Herzlich Willkommen Leute, zurück zu Rainbow Six Siege mit Kundran McManus, dem Sachsen und Liquid. Hallo. Servus. Wir spielen heute die Deutschen. Der Grund dafür ist, es gibt neue Skins. Für, ich glaube, umgerechnet 49,99. Weil es zusammennimmt. Pro Charakter. Ich finde es interessant, dass du das nicht so sagst. Schnäppchen. Wieder mal ein richtig günstiges Skin-Paket. Was man da für 5 Euro bekommt. Nur für 4 Charaktere natürlich. Ich dachte schon, Counter-Strike wäre krass. Wenn man die Skins für alle haben will, dann hat man wieder mehr als Rainbow kostet. Aber für euch, da schauen wir natürlich keine Kosten. Da habe ich mir die Bundeswehr-Skins gegönnt. Halt die Fresse. Abgenutzt sehen die aus, aber das hier ist er. Ist ja nicht schön. Abgenutzt, wie wenn die diesen Mann... Entschuldigung, es tut mir sehr leid. Entschuldigung. Ich weiß, dass ihr das immer mögt, wenn man Geld ausgibt. Deswegen freue ich mich schon über einen Support. Ey. Ne. Ey, ich unterstütze die Leute von Ubisoft da. Dass die noch weiter schöne Skins rausbringen. Wieder das Spiel verbessern. Neue Hände. Vielleicht können die dann auch bald mal ein bisschen in die Server investieren. Das wäre ja total gut. Bei den ganzen Ruby-Skins haben sie immer die Farbe geändert. Gewartet, bis du da alle supportet hast. Und dann haben sie wieder ein neues Pack rausgebracht. Bei den Bundeswehr-Skins finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Auch das Royal-Skin-Pack, was es für die Franzsacken gibt, ist auch nicht übel. Aber ist halt Quatsch. Der Preis ist halt wieder Quatsch. Das müsste für alle immer 15 Euro kosten. Da ist es noch Arbeitsver Knox. Aber warte mal. War nix. Klar. Haupttür und Garage ist einer da drin schon. Haupttür von? Das Fenster direkt daneben. Wenn einer vielleicht die Kamera da nehmen könnte in der Etage, wo wir sind. LOL. Die schweißen auf. Oh Gott, da ist auch schon einer Garage. Dauerfeuer, der erste Schuss Headshot. Ich habe einen gekillt, er hat mich, aber ein Schild kommt, kann einer rüberkommen? Fack, 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 fack. Er kommt, hat mich. Einer kommt von oben, oberste Etage, ist jetzt auf der Treppe hier markiert. Jetzt weiß er halt nicht markiert habe. Okay. Einer ist in eine Bärenfalle gerannt. Mission gefährdet. Bomben, Entschärfungsgerät wurde platziert. Entschärfer lokalisiert. Bild ist unten. Ja, kann ich auf der Brust, aber das juckt ihm herzlich wenig. Ja, das war eine Elimination. Was? Eine Elimination. Eine Elimination. Oder was? Nee. Warum ist das warm? Schön, der der Front ist überall. Außer am Bahn. Ja, aber das ist da nicht einmal, dass die Wohnung dann so warm ist. Unseres ist da auch nicht warm. Was ist die Klima? Er war doch nur im Dachgeschoss. Was weiß ich? Ja, und du bist im Keller. Ich bin nicht im Keller zum zehntausendsten Mal. Was? Du bist im Keller? Na, boah. Boah, Alter. Ich krieg mich voll auf, ey. Erdgeschoss. Ganz oben. Erdgeschoss. Nein, ich bin im Erdgeschoss. Wie, ganz unten? Ganz oben oder ganz unten? Ui. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Ne, das spawnen auf dem Spotplatz. Ah ja, da guckt schon eine raus. Nice. Okay, okay. Ich hab den den Schärfers lässt sich mal hier fallen. Vergiss einfach. Hm? Dreh dich rum, sonst bist du tot. Schnauze. Du wirst wieder erschossen von hinten. Äh, von vorne. In dem Fall dann von hinten. Hey, wo ist denn hier die Kamera hin? Hab ich schon. Er hat einen ein Fenster aufgemacht. Ja, aber wo? Oh, hier irgendwo auch. Hier wird auch aufgemacht. Direkt oben. Direkt oben. Wer die aufmahnen muss. Da liegt einer durch die Wand, sagst du. Da neben dir direkt. Hinter der Wand. Ja, aber er kann's halt nicht durchschießen. Aber der hat grad ein Bein rausgeguckt. Mhm, 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 mhm. Ich schwör dir mal, weil man das hier ist. Ich glaube, er ist dort in der Ecke. Ich glaube, er ist dort in der Ecke. Ich bin sicher, dass wir noch eine Etage hochgehen. Da ist er reingegangen. Da ist er reingegangen. Im Baum. Oh, schade, schade. Ich bin strange durch die Wand. Aber na gut. Nein. Scheiße. Puh, dankeschön. Der in C4 anschärft. Bei mir in der zweiten Etage, wo ich bin. Und ich glaube, er geht hoch. Halber HP. Also er will die Treppe hochkommen, die normale. Okay. Ne, die innen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich will noch nicht direkt hier durchs Fenster springen. Das ist immer so ein bisschen. Da ist nichts. Ich bin doch schon drin. Äh, das sehe ich jetzt auch. Die haben halt den Diffuser. Bernd fahre vor. Diffuser ist draußen, ne? Schöoon. Oh Gott, der ist da irgendwo. Der hat durch die Wand geschossen. Genau da hat er gesessen. Ist oben ne Bombe? Kann man oben mit dem Diffuser hin? Ja. Ja. Dann hol die Bombe rein,aclees und geh hoch. Okay, Sachse, haut ab. Na rechts,note signs, dangerous, da war's! Da der Kugel ist ja nicht gestorben. Er hat's Genick gebrochen. ja ja gegen schild gebrallt also klappt kopf lang gehauen der typ ohne scheiß war das ähm war das äh pulz gewesen jetzt zum schluss ja der hat mich auch schossen dieser wichser er hat sogar weggebombt hat er sich hat er? nö ja? weiss gar nicht oh krass ich hab zwei assists ne wisst ihr bescheid wisst ihr bescheid ich geb hier alle die seh geb ich einen mit hat wieder irgendjemand einen shotgun oder sowas um hier einmal aufzumachen hm Drohnen kommen nach dem match bin ich sogar level 100 ein neues game, mein level 100 match und gegen den clan die alle 5 schon über level 100 sind sind alle schon gold und so also das schon krass du bist dann level 100? ich bin jetzt nach dem match level 100 ja egal ob man gewinnen oder verlieren ja krass ja ich bin mir nicht sicher ja ich weiß ob sie wieder oben ist leider die luke nicht auf weißt du wo die rein sind bei der garage? da du ne ne ja ne du das fenster gibt ja nur eins stimmt ok jetzt ist die luke auf wirklich nur eins unten haben sie da haben sie doch jetzt kommt da sind noch welche draußen auf dem sniper ding hm ich bin im keller ja schön kundran oh lass dich ruhig mal feiern danke 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 weil wenn wir das match gewinnen wär da schon ziemlich krass hier oben ist echt krass das müssten so unsere stärksten gegner sein die wir es jetzt hatten unten schießen sie rein oder einfach defensiv bleiben ich hab unten nicht mehr den eingang ich sitz im keller schön einer bringt nen c4 an okay die wissen dass ich im keller bin okay die wissen dass ich im keller bin bei der unteren sind wir alle drei mann bei der unteren der da draußen aber wo ist das sick alter ja der letzte ist auch noch draußen auf dem dach glaube ich ja der sitzt draußen hinten mit einer halb sniper also nicht kannst du nicht sehen hast keine chance machen das bleibt drin ja auch das müsste IQ sein ja ja ist IQ mit der AUG alles klärchen alle drin bleiben sollten wir ja auf jeden fall wenn wir jetzt alle reinzwingen können wir es immer noch verlieren ja ich will nur wissen wo sie aber ich weiß ja genau wo er ist oder ja weißt du nicht er kann sich doch auf den weg auf jeden fall rechts von dir ja ich weiß er könnte oben sein mann auf jeden fall kommt er jetzt jetzt kommt er ne 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 nicht so weit oben draußen wenn überhaupt draußen auf irgendeiner Kiste aber ist immer noch draußen jetzt kommt er näher ran Alter alles schöne Ding gefiegt offiziell sauber ach der Diffuser lag die ganze Zeit bei uns drin der lag auf dem Schild drauf oder hat die den gerade verloren da also gesehen wie ich die Brüste zerschossen habe ich habe es leider auch nicht gesehen ich habe es nur beim runterfallen habe ich noch gesehen dass der Diffuser da drauf lag auf dem Schild auf dem Schild mein trinken ist leer ich finde das nicht gut ja Abbruch ja na sind wir raus damit wir die Aufnahme leider heute mal ein bisschen früher werden so kann ich nicht arbeiten ein sehr sehr angespanntes Match wie ich meine ja wie gesagt das sind die stärksten Gegner die wir hier hatten ja das ist easy deswegen hier ein Win wäre schon schön wo wir waren ne nicht ganz eine Bombe ist in der Küche ich habe auch die andere nicht gefunden eine ist auf jeden Fall in diesem hinter der Garage der Frost war zweite Loll also wenn wir bei der Garage rein gehen durch dieses Guckerschöne also im Erdgeschoss waren jetzt alle oder hinter Garage der Geheimwender da ist der dann gehen wir durch die Garage auch rein also der andere muss dann da drüber sein guck mal man wir müssen halt gucken dass sie nicht wieder draußen rum rennen beziehungsweise durch die Fenster ja nicht einfach drauf losstürmen am Anfang wir können ja auch hier schon mit Drohnen vorgehen um näher ran zu kommen fahr einfach mal eine vor Fenster ist aufgegangen da Fenster ist komplett offen das untere da bei euch Können die C4 raus kommen gleich das eine Fenster ist komplett offen Garage steht unter Strom Schön die da werde der Ball runter zu den in diesem Material da dabei ist er durch die Kamera weiter То Lalo bei dem Fenster in der Garage besteht dass die Bären Packung davor wenn wir hier in spieler irgendwo ich sehe in dem raum selbst auf jeden fall keine gesagt bären falle hier davor er müsste wer anderes rein du musst die kaputt schießen beim reingehen eventuell könnt ihr die hier bin ihr hier durch den schlitz durchguckt vielleicht in dem raum liegt frost liegt hinten rechts so gesehen in dem raum noch eine bärenfalle doch die ersten leider nicht angenehm ich bin ich tot hinter dem schild war noch eine bärenfalle aber die habe ich ja sagst du war hinter mir kann er nicht drüber gesprungen ich wunderte überdauberst du getötet also einer war jedenfalls schon mal dauernd in dem raum sind zwei leute drin rechts da der schon mal dauernd war leider in dem raum muss aber noch einer drin sein weil er wurde aufgehoben man es könnte vielleicht rein füßen noch ein hat rechts ganz weit rechts am besten die ganz war steht der schon angeschossen was war das was wir hatten da so krasse geräusche die ganze zeit nicht so weit nach links gehen und schlitzel kunan im visier liegt genau jetzt zum beispiel nicht dahin den liquid das also einer im raum einer im gang und ich weiß nicht wo einer links ist aber wahrscheinlich schon da kommen ja schlüsse her wir stehen doch vor der haupttür man ist jetzt nicht mehr da er hört dich ne ja der sound hat oder und man hat einen sehr gut in dem raum rechts von dem ist noch einer seinen kunden ran da war einer er kommt entgegen er kommt entgegen fenster unter tür er ist immer noch da drin in dem raum ne das war der ok letzte muss dingens aufgehoben haben da 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 wow da schwellen mir die nippel das war ja wohl toll das war richtig gut sauber sauber das war mein level 100 match ich musste jetzt level 100 werden wir hatten nur für dich da nur eh Doppelpiece und so Doppelpiece 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 da kommt jetzt noch die EP Bundeswehrskins gezeigt Level 100 gewonnen gegen den Clan gewonnen Wieso kam die EP bei mir nicht mach doch jetzt Ding Level 100 Leute schaut bei anderen vorbei lasst ein Like da her und bis zum nächsten Mal machts gut shop Tschüss